das sind sogar lebende fliegende ok 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 1 2 3 4 1 2 3 4 wird es jetzt andersrum charakter tot spiel aus das ist jetzt die beste helft und überall sind pilze was und nein nicht schon wieder nein er wird mich jetzt fangen oder auch nicht diese rätsel ich weiß gar nicht was gerade los ist okay okay cheater so kriegt er mich auch aber ich darf da nicht so rüber hier habe ich das gerade gemacht scheiße um oh nein falscher knopf dankespiel anstatt nach da ist so und 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 oh was Alter, ernsthaft? Wie unfair! Ja! Ja, ich bin voll darauf reingefallen. Ja, ich bin voll darauf reingefallen. Ich bin voll darauf reingefallen. Okay. Ich bin voll darauf reingefallen. Ähm... Was? Okay, ich muss anscheinend irgendwas... Ich bin voll darauf reingefallen. Ich bin voll darauf reingefallen. Ich bin voll darauf reingefallen. Keine Ahnung. Wer sammelt das und und dann? Ich bin voll darauf reingefallen. Ich bin voll darauf reingefallen. Ich bin voll darauf reingefallen. Das war's für heute. Scheiße. Es war so klar. Es war so klar. Ah Gott. Ah Gott. Okay, das muss irgendeinen Zwischenschritt oder so geben. Sehr viel Nachgedenke um die Uhrzeit. Okay. 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 Wir sind schwanger. Okay. 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 Rünen langsamhärgern. K. Okay. First of all, we are welche knöpfe machen was ich bin verwirrt oder was ja da frage ich mich auch gerade weiß gerade nicht welche knöpfe was machen ich kann es drehen okay dann ich mit der maus und das ich weiß gerade nicht wie das spiel funktioniert ich verstehe das spiel gerade ich kann nur drehen das ist jetzt der sinn der sache oder was ist immer nur oben ich traf nichts auch noch spiegel verkehrt einer was ist Ödem. Wow! Schleuniki? Riesel fürs Threshers gibt's den Zaps. Never ever. Die Rätsel sind hier nicht ohne. Sind schon ein bisschen tricky, manche. Juhu, wir haben's geschafft. Die Oma, Alter, was? Das? Warum? Wie eklig. Guck, was sie macht. Ja, Try. Die schielt doch wieder, ne? Ist genau dein Schema. Die verteilt ihre Drugs aus dem Ohr, Alter. Oha. Try, der seine Oma beschützen will. Pizzika? Ist keine Pizzika. Was ist das? Eins, zwei, vier, vier, drei, fünf. Das ist irgendein Pizza-Enten-Spiel. Die Musik ist auch voll geil. Was ist das jetzt schon wieder? Pizzika? Äh, Paglifuza. Puzza? Ja. Hm. Alaringalaran. Darf ich aber hier vorbei? Ja, okay. Darf nur dich an die Oma ran. Hey, Pana, heulekuhn. Drei Entchen. Tier Entchen. Okay. Das ist wenn ich die Klappe. Ich bin die Klappe. Ja. Warum ist Ben jetzt dabei? Was? Was? Äh, 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 Tauben. Brake, brake, brake. Ja, das ist Ben 1 zu 1, so als kleiner Drecksdieb. Alter. 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 Ich soll jetzt sortieren, ne? Hab ich hier irgendwo nen Zettel oder sowas? Ja, das ist ein Schmuck. Das ist ein Schmuck. Das ist ein Schmuck. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 ich weiß aber nicht ob es richtig ist ach das ist ja mit so einer symbole okay komme ich hier nochmal weg komm ich noch mal hier weg komm ich noch mal hier weg hallo kann ich noch mal danke was ja mit symbolen ich weiß aber nicht ob es richtig ist keine ahnung die frau ist so eklig was ist da oben irgendein kohen mmm und 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 und